Moin Donalds, wir hätten gern Mudrik. Sind 30 Millionen in Ordnung? 30 Millionen? Das sind definitiv... ...nicht genug. Was machst du denn? 30 Millionen? Nehmen wir doch sofort! Das sind Engländer, die sind dumm. Warte. Sorry Arsenal, das ist zu wenig. Da muss definitiv mehr kommen. Wir denken da eher an 100 Millionen. 100 Millionen? Spinnst du? Okay, wir geben euch 80 Millionen so, plus 20 Millionen als Bonuszahlungen. Alles klar, den Deal nehmen wir doch. Stopp! Wir zahlen euch 100 Millionen Bar plus Bonuszahlungen. Verkauft! Immer schön mit ihnen Geschäfte zu machen. Äh, was? Äh...